Der Gang hierhin war schwer, war sehr schwer. Ich muss auch gestehen, es war schlimmer, als ich ihn beerdigt habe. Der Mann war nicht gut. Die Kinder, die Mädchen waren auch früh auf, konnten auch nicht richtig schlafen, haben auch Angst. Der Gang hierhin war schwer, war sehr schwer. Ich muss auch gestehen, es war schlimmer, als ich ihn beerdigt habe. Ich hatte mich auch ein bisschen so vorbereitet am Mittag, wie es ist, ihn zu treffen, zu sehen, wenn er gleich durch die Tür kommt. Dann war der Strafverteidiger raus und dann auf einmal kommt er rein und die Wut. Und so einen kleinen Mann da zu sehen, aber der sich so groß tut. Und dass er dann noch, also dieses Unbeholfen, diese Frechheit hat, allen Leuten in die Augen zu gucken. Und dann bei mir haften bleibt. Also guckt. Ohne Regung, ohne diese Reue, ohne dieses Blick nach unten, wenn man irgendwas nicht gemacht hat, was man nicht machen haben sollte, dürfte. Nichts. Das war keine Regung. Und dann guckt er noch, guckt er in die Bank, wo die Kinder sind und dann denke ich, was denkt er? Was denkt er jetzt? Und dann verstehe ich auch nicht, wie der Richter einfach sagen kann, wir müssen auch noch gucken, wie seine Kindheit war. Hat mich jemand gefragt, wie unsere war? Hat jemand mich gefragt oder meine Kinder, wie geht's euch? Er hat eine schwere Kind, hatten wir auch. Ich bin 2004 mit meinem Mann und meinem Sohn hergekommen. Wir sind in vier Koffers, hatten wir. Vier Koffers. Alles, was wir haben, wir haben ein Haus, wir haben eine kleine Firma, alles haben wir erarbeitet. Wir haben nichts geschenkt gekriegt. Nichts. Von morgens bis abends gearbeitet. Mir wurde mein Sohn umgebracht. Mit einem Messerstech ins Herz. Sechsmal. So wie es da steht. Man hat mir meinen Sohn genommen. So wie er uns angeguckt hat, wollte er es. Und er wird es wieder tun. Er ist 18. Ich weiß nicht, wie viel er kriegt. Vier, fünf Jahre. Er wird damit sicher nicht kriegen, der arme Junge. Wir müssen damit leben. Jeden Abend sitzt ich da und muss damit denken. Wo ist er? Er ist nicht da. Er hat ihn genommen, weil mein Sohn jemand beschützen wollte. Weil er einfach für ein Mädchen da sein wollte, wie er immer ist. Wie er immer war. Ist nicht. Aber wie er war. Und dass dann der Richter noch drauf eingeht und einfach wissen will, wie es... Wozu? Wozu? Kriegt er noch mehr Minderung? Reicht es nicht, dass er ein Flüchtling ist? Dass er schon Minderung kriegt? Noch mehr? Welche Minderung haben wir? Keine. Welche Minderung haben meine Mädchen? Die sind 11 und 13. Keine. Keine. Ich habe gerechnet, dass er ein Schulbekenntnis abgibt. Dass er einfach sagt, es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Natürlich habe ich ein Messer, weil vielleicht. Aus Angst. Aber ich wollte es nicht. Ich bin katholisch. Wirklich katholisch. Und ich glaube an Gott. Und ich glaube, dass ich irgendwann wiedersehen werde. Aber ich kann ihn nicht verzeihen. Bei seiner Beerdigung war ja die Marienkirche krabbelvoll. Von hinten standen Menschen. Unglaublich. Wie viele Menschen da waren. Und dass heute noch Freunde von ihm von der Schule waren. Der hat da jetzt studiert. Aber noch von seinem Abitur, vom Gymnasium noch da waren. Also, ja, das ist schon zwei, drei Jahre her. Dass sie immer noch da sind für ihn. Dass sie kommen. Dass sie zu uns stehen. Freunde, die ich schon länger kenne. Und welche, die ich gerade kennengelernt habe. Die einfach dazustehen und uns einfach sagen, wir sind da. Wir können nichts tun. Wir können dir deinen Schmerz nicht nehmen. Aber wir sind da. Das war wundervoll. Das war wundervoll.